Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Vampires the Musquerade Redemption. Kennen Sie Alexandra? Orten Sie den Lagerraum des Barclays auf und sprechen Sie mit Alexandria. Gut. Das Blut ist also noch frisch. Also da geht es nicht weiter, auch wenn das wie ein Lagerraum aussieht. Wir müssen einfach irgendetwas machen. So, ok. Können wir das weg? Also vielleicht hier unter dem Gebäude rum gibt es doch ein... Gibt es irgendetwas Spezielles? Ich dachte, ein Lagerraum oder so etwas. Gleich hier in der Nähe. Genau, hier. In die Ecke ist es gleich. Äh, ja. Lagerraum des Barclays auf. Äh, Tür. New York. Okay. Okay, Alexandra. Dingsbums da. Gut, wir speichern, bevor wir mit ihr reden. Was haben wir hier? Okay. Nichts. Woher wissen die, dass man hier hingehen muss? Hä? Tötet mich nicht. Ich bin fast fertig. Ich, ich wollte nicht so lange brauchen. Aber ich bin so schwach. Wir werden euch nicht töten. Oh. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Zeit. Und bitte, mehr Blut. Ich bitte euch. Eine Ratte, eine kleine Maus, irgendwas. Alexandra. Ich bin es. Lily. Lily? Sie haben dich auch gekriegt? Ich habe gehofft, du wärst entkommen. Wer hat euch dieses Unrecht angetan? Was? Wer hat sie hier eingesperrt? Euer Meister. Graf Orsi. Trocknet eure roten Tränen. Wir dienen Orsi nicht. Wir suchen seine Fabrik und wollen seinen Tod. Ich, ich weiß nicht, wo seine Fabrik ist. Nur, dass sie kommen, um sein Porträt dorthin zu bringen. Für seine private Silvesterparty heute Abend. Ich muss fertig werden. Sonst töten sie mich. Niemand wird sie töten. Wir werden sie bis zum Ende beschützen. Das Ende. Das Ende kommt bald. Oh, Lily. Wie schön, dich wiederzusehen. Und wie traurig, dass wir uns wieder verlieren werden. Aber wir können für immer zusammenbleiben. Nein, nein. Es gibt keinen. Für immer. Er kommt wieder. Wir müssen weg aus New York. Aus Amerika. Es gibt keinen Ort, der weit genug entfernt ist. Ruhig, Weib. Was meint ihr? Wukotlak. Den Dämon der Chimiske, den ich malen soll. Sie erwecken ihn heute Nacht zum Leben. Dann erwacht er rechtzeitig, um zu sterben. Aufgepasst. Wir haben Gesellschaft. Okay. Gut. Ich hoffe für dich, dass deine Arbeit beendet und gelungen ist. Wenn hier etwas beendet wird, dann euer Treiben. Und das nenne ich gelungen. Okay. Zur Hölle mit euch! Na komm. Die Adresse von Orsis Fabrik. Lasst uns gehen. Ich danke Ihnen, Christoph. Lilly betonte immer wieder, was für ein guter Vampir Sie seien. Auch wir sind von ihr angetan. Ich würde Sie gerne malen. Sie haben einen sehr noblen Zug um die Augen. Ich verdanke Ihnen alles, weil Sie mich gerettet haben. Viel Glück bei Ihrer Mission. Darf ich mit dir gehen, Alexandra? Lilly, meine Liebe. Ich bin traurig, dich schon wieder zu verlieren. Aber Orsi muss sterben, um dich von deinen Fesseln zu befreien. Geh mit meinem Segen und bestelle Orsi meine Grüße, wenn ihr ihn zertretet wie eine Kröte. Ich danke dir. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen. Alexandra. Äh, gebt ihr verdammt... Gebt ihr Blut? Beeilt euch bitte. Orsi will Vukutlak heute Nacht erwecken. Den Dämon, den ich für Orsi malen musste. Ja. Also, wir brauchen ja das Bild, oder? Es hieß, infiltrieren Sie Orsi's Fabrik. Ja. Das werden wir machen. Und der wird sich wünschen, wir wären nie gekommen. Oder so. Gut, gut. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Moment, wo sind wir? Wir waren... Ah, okay, gut. Ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Wir gehen einfach hier entlang und da vorne links. Dann wieder rechts und wir haben dann das Bild. Wir waren ja schon mal hier. Und sie redeten von Bild. Aber bevor wir da weitergehen, werde ich kurz speichern. Und zwar hier. Es wurde aber auch Zeit, dass ihr mit dem Bild kommt. Ja. Der Tag des Sieges ist nah. Okay, können wir rein. Es wurde aber auch Zeit, dass ihr mit dem Bild kommt. Ja. Ja. Ihr habt keine Ahnung. Okay. Okay. O, es ist International 4. Das ist doch keine Party. Nur auf Einladung. Gut, wir speichern, da wir angekommen sind. Warum? Ich würde gerne Ekaterina wiedersehen. Das ist doch keine Ahnung. Ich würde gerne sagen, dass wir mit dem Bild kommen. Gut. Gut. Gut, wir sehen, wo wir hinkommen. zu Fabrik-Ebene 1. Gut. 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 Wir müssen uns kräftig umschauen. also, das heißt, die Kräfte umschauen. Gut. 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 und rausfunden auf zum jammern Christoph und jetzt stirbt und jetzt stirbt und jetzt stirbt und zwar Geld und anderes Zeug ist das ein Klammenwerfer? gut die haben keine Chance gegen uns wir dürfen uns noch nicht mal in meinen Fehlstrecken einsetzen oder besser gesagt meine Disziplin ein Gewehr gut wir haben noch wir haben niemand der mit Bewegung schießt zur Hölle mit euch ok so und jetzt zu dir da setze meine Fähigkeiten meine Fähigkeiten ein und dann wird das alles ein Kinderspiel gut und ciao oh gut der Kriegsgut ist geschöpft haben wir haben wir es aufgelesen? nein natürlich nicht nein da rüber hier hoch so keine Gnade und keiner von uah war kompär dann so gut ein weiterer Helm ein Kreuz Christi mhm das bringt einfach Geld nehme ich an äh so ah von das uh gerade Geld liegen lassen das war aber nicht schlau von mir ok ich sehe schon was davon auf uns lauert hallo und sterbt schön und wir haben ein bisschen Bargeld erhalten und anderes Zeug noch mehr Helme leckt da leckt der vor keine Raketenwerfer verdammt Mann so ah da ist noch einer ok wir haben versagt jetzt ist sie kling mhm oh da geht es weiter gut oh noch mehr Waffen ah hier sind wir wir kommen jetzt also weiter hoch aber hier ist niemand ah was war das gerade was hier hoch vor also über uns weiten so das hätten wir geschafft oh ach du scheiße soll Wir gehen rein, werden durchstoßen, damit der Blut rausfließt. Ach, Scheisse. Sohle. Kann ich erst etwas anderes loswerden? Ja. Oh, gut, gut. So, verdammt. Und hier wird das Blut gesammelt. Hey, hey. Ach so, ich glaube, die haben genug. Ist noch der Stirn. Okay, das hätten wir. Ach du Scheisse. Was wird hier noch alles gemacht? Okay, das sind wirklich Barbaren. Anders kann... Sorry. Anders kann man das gar nicht mehr nennen. Äh. Die werden ausgequetscht dann hier reingeworfen. Einmal in grüne... Grüne Pampe, dann gelbe Pampe. Gut. Okay, wenn du stirb. Okay. Da ist nichts. Ei, ei, ei. Äh, warum sind sie dort drüben? Egal, die sollten eigentlich immer in meiner Nähe sein, aber... Es scheint, halten die das nicht von möglich? Nei, Handschuhe. Okay, das sind nicht so... Nicht so von Bedeutung. Okay. Äh. Mann, 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 Mann. Das ist ja schrecklich. Was ist das bitteschön für eine Fabrik? Ah, Mann. Das ist ja schön. Zur Hölle mit euch. Oh, Mann. Okay, und jetzt zu dir. Oh, Mann. 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 Habe ich Angst? Durch die Beherrschung Das ist im Moment nicht so wichtig Die sind doch gleich hier um die Ecke Ah, Lilly ist auch gleich dort drüben Gut Dann gehen wir einfach mal weiter Schauen wir uns um, was hier alles auf uns wartet Au Ja, die sind am Arsch Komm, Lilly Gut Nein, Lilly Christoph Meine Gebeine verspüren Mangel an wertvollem Blut Hör auf deine Pfeile zu verschwenden Mh Mir lebt dieses Unmöglich Und Angst Angst So Du verschwenden diese Pfeile An die Wand Mh Ich verspüren mit euch Das könnt ihr haben Verdammt Weicht nicht von der Stelle Und zu mir! Na klar! Okay, ein Helm, aber wer braucht das schon? Oh, Lilly! Wo genau ein bisschen? Ah gut, da vorne! Ich verhungere! Ich sterbe! So, jetzt stirbst du nicht mehr! Gut, das hätten wir alles abgeklärt. Hier oben habe ich ja rein gar nichts. Jetzt... Ich bin froh, dass die KI sich in letzter Zeit, also seit damals, ein bisschen verbessert hat. Ah, verdammt! Jetzt... Jetzt... Aha! Ich kann nicht mehr, etwa. Hm. Gut. Gut, dann sterb ihr! Da kommt's! Haben wir Angst? Da kommt's! Okay, die haben keine Chance. Okay, die haben keine Chance. Gut, wir nehmen einfach alles, was wir haben fangen lassen. Gut, gut. Wir sammeln einfach das ganze Zeug und dann geht's weiter. Krankheits... Ja, ja... Okay, haben wir sonst alles hier? Ja... Ja... Können wir weiter gehen. Von hier können wir weiter hoch. Okay, gut. Ich würde aber sagen... Das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau!